Hallo Leute zusammen und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer weiteren Folge von Cities Skylines. Cornyville wächst weiter und weiter und will einfach nicht schrumpfen, was ich gut finde. Muss ich ehrlich sagen, wir müssen jetzt aber noch ein bisschen die Straßen hier ausbauen, denn so wie es jetzt ist, geht das nämlich gar nicht. Das muss verbessert werden. Deswegen werden wir jetzt hier einfach das umändern müssen. Wir werden das mal abreißen, bitte. So. Scheiße, da war trotzdem eine Kreuzung dran. Dann hauen wir wenigstens eine Kreuzung dran. So, zack. So. Und ich habe hier auch mit dran, dann könnt ihr mich hier gleich wieder rein. Oh, ist falsch rum. Nicht gerade sehr. Strom kommt ja trotzdem rüber, von daher scheiß drauf. Gut. Das sieht natürlich jetzt ein bisschen chaotisch aus, aber wird schon. So. Schauen wir mal, wie funktioniert denn das jetzt hier? Oh, nicht wirklich viel besser. Machen wir mal ein Upgrade hier. Ja, da wird es jetzt ein bisschen besser. Letztesache. Wobei, nein. Nein. Wird es nicht. Gerade außen nach links wollen sie. Ich glaube fast, ich schmeiße die Ausfahrt hier raus. Können wir auch mal probieren. So, wie sieht es jetzt aus? Wollen wir jetzt hier rüber langfahren? Einige fahren jetzt hier schon lang. Super. Prüben, Staus ist weiterhin. Okay. Wir können mal hier aufgraden. Können hier mehr langfahren. Oh, shit, 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 shit. Ich habe es gerade falsch gemacht hier. Können jetzt mehr Leute langfahren. Was machen die denn da? Die fahren hier raus, um da rein, um wieder da lang reinzufahren. Okay, gut. Gut. Boah, nochmal so ein Garbage Collector Haus. Okay. Die wollen hier alle raus und wollen dann da lang. Können wir mal versuchen, das Ding jetzt mal hier kurzzeitig rauszuschmeißen. Wie sieht es denn jetzt aus? Jetzt werden sie alle hier hinten langfahren. Ich bin da hinten, Staus ist jetzt. Ich sehe, okay. Aber, richtig, aber hallo hier. Okay. Auch da hinten Staus ist weiter. Aber warum? Wir wollen zum Kreisverkehr, super. Zack, machen wir mal den bitte. Oh, du hast keinen Straßenzugang jetzt hier. Na, wir können dich auch mal drehen. Geht auch. Ping. Problem gelöst. So, wie sieht es jetzt hier in der Straßenanordnung wieder aus? Die wollen immer noch die Ausfahrt von da hinten nehmen. Hm. Gut, ich bin nicht langsam. Wir müssen jetzt hier drüben auch was machen. So. Hier bauen wir jetzt mal auch was hin zum Müll abhauen. Zack. Gleich zwei davon bitte. Ihr solltet euch ein bisschen helfen. Hier bauen wir eine neue Wohnung. Wohnungsgruppe bitte auf. So. Nein, ich habe es wieder falsch gebaut hier. So, rüber hier bitte mit euch. So, dann wollen wir es mal hier drüben ausbauen. Wasser brauchen wir wieder. Raus damit hier. Ups, rüber hier. Läuft doch. Wasser ist da. Savage ist da. Super. Okay. Die Müllfahrzeuge fahren jetzt hier noch. Hier drüben kommen sie allerdings nicht hin. Dann bauen wir jetzt mal hier drüben noch eine Straße entlang. Die sie dann erstmal nutzen können. Super. Jetzt kommen sie zumindest erstmal da rüber. So, reißen wir jetzt hier die ersten Gebäude ab. Nicht mal auf. Ah, die stecken hier fest. Okay, wir können es was anderes einfallen lassen. Dafür zu sorgen, dass wir jetzt wirklich nur hier lang fahren. Können wir den mal machen. Können die Müllwagen da lang fahren, wenigstens. Mal schauen jetzt hier. Wer ist eine Abkürzung für die? Selbes geht dann auch für das hier hinten, würde ich sagen. Wir machen hier eine Abkürzung rein. Da. Weißt du was? Wir machen es anders. Wir graden mal hier auf. Machen jetzt zweispurig. Hier geht es immer nur einspurig rein. Deswegen gehen wir jetzt immer nochmal einfach... ...ein Stück mit rein. Mann! Ich werde jetzt kein neues Land bauen. Leck mich. So, machen wir den bitte jetzt hier. So, dann kommen wir jetzt immer nur noch hier die Wagen durch. Die sich um den Müll kümmern müssen. Ach du Scheiße, das ist auch Stau. Fuck it. Alter. Okay. Die Müllwagen fahren alle hier lang noch. Aber es hält sich in Grenzen eigentlich. Gut. Wir müssen auf jeden Fall jetzt wieder neue Industrie aufbauen. Das machen wir auch, dass wir ein Viertel Wagen das noch aufbauen. Okay, okay. Wir holen uns jetzt ein neues Stück Land dazu. Was ist denn das hier eigentlich? Toggle Snapping? Äh. So, bauen wir mal hier dazu bitte. Zack. Ich will den See noch haben, dann will ich später mein Dreckwasser reinpumpen. Dann habe ich da weniger Probleme mit verschmutzten Wasser. Oder ich ziehe hier draus Wasser raus. Kann man auch machen. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Gut. So. Okay, machen wir mal den mit jetzt hier. Zack. Okay. Jetzt mal ein Stück. Gerade Straße wieder. Erstmal runter geht. Jetzt wird es lustig, Leute. Jetzt wird es wirklich lustig. Das jetzt hinkommen wir hier. Also wir haben es geschafft, dass wir jetzt auf jeden Fall von hier nach da kommen können. So, das ist was gemacht. Jetzt weiter. Ah, scheiß drauf. Ich baue jetzt hier hinten mal aus. Und zwar neuen Kredit. Und haben schon mal festgestellt, dass wir jetzt hier das Geld für haben. Okay, gut. Also ich möchte prinzipiell, dass die Leute hier raus... Aber wobei, gucken wir uns mal an. Der Verkehr staut sich hier hinten. Warum staut er sich hier hinten? Das ist jetzt die Frage. Ich möchte nach hier drüben. Er möchte also seine Sachen von hier hinten rüber bringen nach dort. Wir könnten ja eine versteckte Straße rüber bauen, die einfach nur sich darum kümmert, hier rüber zu fahren. Weil wir müssen jetzt hier nicht immer separat rüberfahren, zack, 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 wir enden. Wir bauen hier also eine Brücke. Wir bauen eine Brücke, die hier rüber führt. Okay. Dann bauen wir mal eine Brücke. So. Ah, geht es hier noch? Zieren kann ich noch. Dann können wir jetzt nicht wenigstens rüberkommen. Okay. Das würde wiederum funktionieren. Das würde wiederum funktionieren. So. Machen wir hier hin, bitte. Zack. Es sieht so chaotisch aus. Guck mich das mal an. Aber okay. Die Leute würden jetzt wahrscheinlich vermehrt hier reinfahren. Als wir anders waren. Jetzt kommen sie ja hier direkt rüber. Ach fuck, ja. Das liegt daran hier auch noch. Hä. Gut, der Weg ist schneller. Stehe. Deswegen wollen die hier lang gehen, weil der schneller ist. Hier drüben fährt kaum einer lang. Von hier drüben kommen sie hin. Okay, gut. Sagen wir mal, ich mache es anders. Sagen wir mal. Weil ich habe ja... Scheiße. Die wollen ja von hier auch noch hier drüben. Bauen wir mal den weg hier. Jetzt kommen sie den ganzen Weg hier nicht mehr lang. Okay. Jetzt fahren sie auch eher hier lang. Das entlastet sich ein bisschen. Das ist gut. Gut. Wo wollten ihr jetzt eigentlich hin? Hier. Ice Cube Factory. World's The Factory. Gut. Aber gucken wir uns mal an. Das ist auf jeden Fall besser geworden hier. Das ist schon mal ein Anfang. Gut. Wir müssen neue Wohnsiedlung bauen. Gucken wir mal wegen Strom rein. Strom haben wir noch. Wasser haben wir auch noch. Super. Bauen wir mal hier bitte aus. Zack, zack. So, wir waren hinten noch eigentlich dran beschäftigt gewesen. Aber wenn wir uns das mal anschauen hier. Hat sich auf jeden Fall entlastet. Ist nicht mehr so schlimm wie vorher. Also, es ist immer noch ein bisschen was, aber es ist besser geworden. Hier drüben ist jetzt ein bisschen knackiger, aber es ist okay. Äh, mein Gott. Äh, mein Gott. So, die Brüder sind ziemlich rauskommen. So, jetzt läuft es hier. Ich brauche eine Feuerwehr hier irgendwo mal. Zack. Wusch. Wusch. Alle glücklich. Alle glücklich. Alle glücklich. Auch hier drüben ist jetzt besser geworden. Okay. Okay. Ich mache jetzt weiter. Kann ich jetzt eigentlich schon, kann ich noch nicht bräuchte. Wie viel? Wie viel? 7500. Wachst du vorher? Aber das machen wir jetzt mal. Das wachsen. So. Bauen wir einfach mal wieder hier aus. Und einfach wieder ausbauen. Passt doch. Passt doch. So. Hier drüben nochmal, bitte. Perfekt. Also die Stadt wächst sehr schön, strukturierte Siedlungen sind alle schön groß. Gefällt mir. Haben wir jetzt eigentlich hier schon Wasser für? Ist die nächste Frage. Wir müssen ja auch Wasser hier drüben irgendwo haben. Haben wir nicht. Okay. So. So. Okay. Die Straße wollen wir jetzt mal nach hier, bitte. Passt doch. Coole Sache. So. Bauen wir mal hier drüben aus, bitte. Perfekt. Und es wächst. Und es wächst weiter. Super. Das Industriegebiet hier drüben ist schon groß genug. Apropos Gebiete. Machen wir mal das neue Distrikt ein hier. Wo ist ein neues? B-Chills. Wächst der ein bisschen jetzt hier? So. Zack. Wir brauchen definitiv neue Industrie. Werde ich jetzt noch hier drüben mich bauen? Wo die ganzen Palmen sind. Muhahaha. Okay. Wir machen das jetzt. Wir könnten ja mal eine Brücke rüber bauen mal. Kann man hier eigentlich den auch erhöhen? Ne geht nicht. Schade. Wär zu cool. Okay. So. Machen wir mal den hier bitte. So. Wollen wir mal benutzen für die Ausfahrten. So. 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 So stark auf dem Highway zurück. Zack. Das ist gut, dass ich die Brücke brauchen jetzt auch nicht mehr so viele Ausfahrten bauen. Hätte ich mal früher machen müssen. Ja. Gut. Wir können direkt drüber. So. Hier drüben ist ja jetzt noch nichts erstmal. Wir bauen jetzt hier hinten was hin. Und wir... Ich glaube wir graden mal die Straße auf. Ich rechne schon damit, dass es hier wirklich echt dick wird. Fuck. Fuck. What the fuck? Warum hat das funktioniert hier? Kannst du nicht mit auf der Straße was haben? So. Jetzt bist du geoffgraded. So. Okay. Bauen wir hier mal eine Straße durch. Jetzt erstmal so. Perfekt. Dann zu sowas. Und gehen so. Passt doch. Passt doch. Super. So. Hier bitte. Zack. Läuft doch. Find ich gut. Es wird ein riesengroßes Industriegebiet hier. Aber... Wird sich lohnen. Okay. Jetzt müssen wir das Wasser drüber transportieren. Mal hier drüber bitte. So. So. Auch Strom müssen wir über transportieren. Wie sieht's denn eigentlich jetzt aus? Naja. Machen wir erstmal so bitte. Jetzt stellen wir mal hier Industrie bitte hin. Perfekt. Die bauen auf. Okay. Und wir unterstützen das mal ein bisschen hier. Und bauen hier auch aus. Super. Guckt euch das mal an wie groß diese... Einfach mal hier geworden ist die Stadt schon. Von der Fläche her zumindest. Der ist echt riesig. Super. Okay. Die Autos wollen hier rüber. Überwiegend industrielle Autos. Also da kann ich nur wenig machen. Durch öffentliche Verkehrsmittel. So. Ich muss noch ein paar Leute hinziehen. Hier. Jetzt bringe ich die Wege hier. Ah. Gut. Und hier. Gut. Also ich könnte auf jeden Fall was bauen damit. Machen wir erstmal den hier bitte. Wenn die Leute rüber laufen. Ist auch okay. Viel laufen da nicht lang. Okay. So. Wow. Big Town sind wir jetzt schon. Das ist super. Finde ich gut. Finde ich gut. Boah. Ist das dreckig hier ey. Gut. Wir werden jetzt mal die Straßen ausbauen. Hier drin. Noch. Ist das hier. Spielplatz. Was. Bauen wir jetzt mal hier eine Straße hin. Können wir diesen Park dann hier bauen. Was. Das ist doch. Alle glücklich. Erweckt. Kein Strom. Das Strom. Leckt mich doch am Arsch. Gut. Das läuft schon mal. So. Jetzt muss ich mir Gedanken machen. Wie ich hier. Oh. Wir haben hier ein Kriminalitätsproblem. Wollen wir mal ein Police Department hin. Hier auch mal was bitte. Hier auch. Die Leute wollen, dass hier welche arbeiten kommen. Wollen wir die Straße aus. Erstmal. Schauen wir mal was passiert. Apropos Straße ausbauen. Das machen wir hier mal auch bitte. So ein bisschen zumindest. Hier sollen neue Leute hinziehen. So. Wasser brauchen wir jetzt hier drin auch noch mal ein bisschen. So. Passt. Perfekt. Okay. Zieht hier rein bitte. Passt doch. Super. Das läuft schon mal. So. 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 Wir müssen uns jetzt auch mal langsam Gedanken machen über U-Bahn und so. Sieht hier in den Distrikten aus. So schnell verteilt. So. Jetzt wird jetzt alles Amazon Heiz. Das wird noch Glade Distrikt. Super. Passt. Passt. Und du kommst hier noch mit rein. Und die B-Chills. Mensch. Wir wachsen ja einfach immer nur am Stück. Das ist doch echt schön zu sehen. Äh. Hier drüben muss jetzt definitiv was in Richtung Feuerwehr geboren werden. Machen wir mal. Und. Wie stark wollten wir das jetzt hier ausbauen? Zack. Hoho. Teilweise blau. Nicht schlecht. So. Kriminalität war jetzt schon was. Hier weniger Problem. Seien wir bei uns trotzdem mal aus. Gut Leute. Aber wie es weitergeht sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich hoffe euch hat es gefallen. Schreibt aber mal noch mal rein. Denkt daran. Battlefront wird wiederkommen. Wurde nicht einfach nur verschwunden sein. Für immer. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In dem Sinne. Ciao. Bis zum nächsten Mal. los female. happens. zu usu